Sie beherrschen die Stabübung Wasserfall im Schlaf und haben Lust auf Abwechslung? Probieren Sie es mal mit dieser Variante. Wenn Sie den normalen gewöhnlichen Wasserfall beherrschen und sich wohlfühlen, können Sie das Erlebnis des Loslassens noch zum großen Loslassen steigern und den Stab einmal auch an der höchsten Stelle loslassen, ruhig hinuntergehen und den Stab unten fangen. Genauso unverkrampft wie beim normalen kleinen Wasserfall. Am Anfang gehen Sie vielleicht ein bisschen in die Knie, dann haben Sie einen längeren Weg zum Fangen. Aber nachher können Sie genauso entspannt fallen lassen, ohne äußerlich in die Knie zu gehen und nur innerlich hinunter zu strömen. Am Anfang gehen Sie vielleicht ein bisschen in die Knie zu gehen. Am Anfang gehen Sie vielleicht ein bisschen in die Knie zu gehen. Am Anfang gehen Sie vielleicht ein bisschen in die Knie zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020